Amira Pochers, 29, Mutter sorgt sich um ihre Tochter. Die Frau von Oliver Pocher, 44, haut aktuell nicht nur die Jury, sondern auch die Zuschauer bei Let's Dance vom Hocker. Woche für Woche gibt die Podcasterin eine starke Leistung ab, guppt nebenbei ihre Ehe und ihr Leben als Mama zweier Söhne. Das Pensum, das Amira gerade an den Tag legt, ist hart, weiß ihre eigene Mutter Mirjam Svetnik. Sie wünscht sich, dass ihre Tochter auf sich aufbaut, manchmal mache ich mir schon Sorgen. So wie das jetzt läuft, dass sie fast rund um die Uhr eingeteilt ist, das kann man nicht auf Dauer bewältigen, zeigte sich Mirjam im RTL-Interview besorgt. Familie, Beruf und Let's Dance unter einen Hut zu kriegen, sei eine große Herausforderung. Deswegen freue sich Mirjam auf ruhigere Zeiten, in denen Amira wieder aufatmen kann. Mirjam tue alles, um ihre Tochter vor Ort zu unterstützen. Ich bin so oft ich kann hier. Seitdem die Kinder auf der Welt sind, bin ich sehr oft hier. Meinen Urlaub, meine Freizeit verbringe ich hier, meinte Amiras Mutter. Mirjam lebt eigentlich in Österreich, wo auch die Moderatorin geboren und aufgewachsen ist. Also erst sein, das ist mirugen, wenn wir jetzt alles in Österreich bauen, kleiner Bedeutung, Damit wir auch in ihrer Botschaft entwickelt. Und das war die